Das Jahr 2024 wird das alles Entscheidende für die Ukraine werden. In ihm werden die Weichen gestellt, ob die Ukraine als freier Staat weiter existieren wird und in welcher Form. In diesem Video erkläre ich Ihnen, wieso gerade dieses Jahr das wirklich Entscheidende für die Ukraine sein wird. Wie erbärmlich schlecht die Ukraine ausgerüstet wurde? Als sie auf der Krim effektiv überrannt wurden. Daraufhin folgte die Schlacht um Kiew, ein großer Sieg der Ukrainer, der dem Land Hoffnung gegeben hat, der der Welt gezeigt hat, die Russen können durch die Ukraine besiegt werden. Die Ukraine hat eine Chance in diesem Krieg. Später folgte der gigantische, der gewaltige Sieg der Ukrainer in Kharkiv, als sie mit der Gegenoffensive nicht nur viel Territorium zurückeroberten, sondern auch große Mengen Material erbeuteten. Später folgte dann der Sieg in Kherson, wo sie die gesamte rechte Dnipro-Seite von den Russen säuberten. Die russischen Erwartungen auf einen schnellen Sieg waren gescheitert. Allerdings scheiterten auch die westlichen Hoffnungen in diesem Jahr oder beziehungsweise in den vergangenen zwei Jahren. Sei es, was die Sanktionen angeht, auf die viel gesetzt wurde. Russland sei das am meisten sanktionierte Land der Welt und ganz offensichtlich hat dies zumindest ein gutes Stück weit bislang seine Wirkungen verfehlt. Aber die Hoffnungen scheiterten auch, was die ukrainischen Fähigkeiten angehen würde, wie wir in der gescheiterten ukrainischen Gegenoffensive aus dem Jahr 2023 sehen konnten. Aktuell zeigt Russland wenig Zeichen von Ermüdung, wenig Zeichen von Erschöpfung. Die innenpolitische Opposition ist soweit unter Kontrolle gebracht, dass mit einem schnellen Ende durch einen Sturz der Regierung, durch eine Revolution nicht zu rechnen ist. Die Hoffnung darauf wäre aktuell schlicht illusorisch. Nachdem Russland massive Personalprobleme im Sommer 2022 hatte, die sich zunehmend gesteigert haben, hat es daraufhin mit einer Teilmobilmachung reagiert, bei dem etwa 300 bis 325.000 Soldaten eingezogen wurden, um die russischen Streitkräfte personell aufzubauen. Seither läuft eine intensive Rekrutierungskampagne in Russland, die, und das sagen selbst westliche und ukrainische Quellen, ausreichen, nicht nur um seither die Verluste zu decken, sondern sogar in moderatem Maße langsam Reserven aufzubauen. Gleichzeitig hat Russland die Produktion von Rüstungsgütern intensiviert. In vielen Fabriken findet nun mehr Schichtbetrieb statt. Die Schichten wurden verlängert, es wird am Wochenende produziert. Andere Fabriken werden von Grund auf aufgebaut oder es werden zivile Produktionsstätten umgewidmet, um damit nun beispielsweise Drohnen herzustellen. Gleichzeitig kauft Russland aus Nordkorea wie aus dem Iran große Mengen an Waffen und an Munition. Während das Land selbst also in zunehmendem Maße sich auf die Kriegsproduktion intensiviert, sieht es auf ukrainischer Seite nicht in gleichem Maße gut aus. Russland kann mit seinen Maßnahmen, im Besonderen mit dem Fokus auf Freiwillige, die Beteiligung der russischen Zivilbevölkerung an dem Krieg relativ minimieren. Die paar ukrainischen Angriffe mit Drohnen belasten das russische Volk nicht in einem Maße, dass es dadurch permanent unter Druck wäre. Auf ukrainischer Seite sieht es natürlich völlig anders aus. Immer wieder gibt es Luftalarm, immer wieder gibt es Einschläge in ihren Städten, in denen sie wohnen. Millionen haben das Land verlassen. Gleichzeitig hat das Land nicht nur die Kontrolle über 20 Prozent seines Territoriums verloren. Inzwischen ist auch intern politischer Streit aufgekommen, der sich immer weiter intensiviert. Die Zustimmungsraten für den Präsidenten sind erheblich gefallen, von nahezu 100 Prozent direkt nach Kriegsbeginn ist es nur noch knapp über 60 Prozent, was für sich genommen immer noch ein guter Wert ist, aber weit von den Ursprungswerten entfernt. Das heißt, wir sehen, dass immer größere Teile der Bevölkerung zunehmend unzufrieden werden mit der Art und Weise, wie der ukrainische Präsident Zelensky gerade sein Land und den Krieg natürlich führt. Dieser Streit hat zusammen wahrscheinlich mit Enttäuschungen über die ukrainische Gegenoffensive nun sogar noch zu einem Zerwürfnis mit dem Militär geführt. Denn Zelensky sah sich gezwungen, die Militärführung nahezu komplett auszutauschen, indem er Salushny ersetzt durch Sirsky, durch Generaloberst Sirsky, woraufhin dann viele weitere Top-Posten vom Militär durch neue Offiziere besetzt wurden. Gleichzeitig ist es so, dass die Rekrutierung von weiteren Soldaten, für die Salushny war, bis auf weiteres gestoppt wurde. Das heißt, die Ukraine hat zwar theoretisch die Möglichkeit, noch eine signifikante Anzahl an weiteren Soldaten zu rekrutieren. Salushny hatte 500.000 weitere Soldaten gefordert. Selbst laut pro-russischen Mil-Bloggern könne die Ukraine noch bis zu zwei Millionen weitere Soldaten rekrutieren. Während die Ukraine also nicht fundamentalen Personalmangel haben muss, hat sie diesen aktuell durch eine schleppende Rekrutierung, die natürlich auch politisch begründet ist, wie aber auch wirtschaftlich. Jeder Soldat an der Front muss bezahlt werden und das Geld muss irgendwo herkommen. Er wird also vom Steuerzahler als Arbeiter in einem Betrieb zu einem Steuerempfänger als Soldat an der Front. Dies sind interne Probleme, die die Ukraine bislang nicht unter Kontrolle gebracht hat. Und gerade hat der österreichische Experte Gadi gesagt, dass laut seinen Informationen viele ukrainische Einheiten oder zumindest einige Einheiten bei 20 bis 30 Prozent Sollstärke wären. Das heißt, die Personaldecke sei nur zu 20 bis 30 Prozent gedeckt. Effektiv sind diese Einheiten zerschlagen und zerstört. Sie müssten komplett neu aufgebaut werden. Die Personallage ist dabei auch so schlecht, dass selbst die ukrainische Publikation Kiew Independent gerade geschrieben hat, bei der Schlacht von Avdivka wurden Logistiker wie auch Artilleristen als Infanterie an die Front geschickt, weil es eben nicht mehr genug Infanterie gab. Da diese Soldaten keine spezielle infanteristische Ausbildung hatten, waren ihre Verluste entsprechend hoch. Wenn man wie ich einen YouTube-Kanal betreibt, dann kommen natürlich Firmen auf einen zu und wollen, dass man für ihre Produkte wirbt. Dabei kommen Angebote, mit denen will man nichts zu tun haben. Das sind unseriöse Produkte. Das sind vielleicht Produkte, wo man glaubt, die schaden dem Nutzer, dem Zuschauer. Da kommen aber auch Produkte, wo man sagt, das ist was Solides, was Grundsolides, was dem Käufer höchstwahrscheinlich hilft. Dafür kann ich werben. Aber ab und an kommt auch ein Angebot, von dem man restlos begeistert ist. Das kann ein Produkt sein, was man vielleicht selber schon nutzt, seit Jahren vielleicht sogar, und davon richtig begeistert ist. Und man freut sich, dass man endlich mit der Firma zusammenarbeiten kann. Oder es ist was völlig Neues. Und das Zweite ist bei mir passiert, nämlich mit Holy Energy. Die Firma hat mich vor langsam dreiviertel Jahr kontaktiert. Haben mir einfach mal gesagt, probieren Sie doch mal unser Produkt aus. Das ist so ein Getränkepulver, was man mit Wasser mischt. Einfach ein bisschen durchschüttelt und dann direkt genießen kann. Und der Geschmack war so sensationell, dass ich damit meine Sucht nach Softdrinks überwinden konnte. Ich habe jeden Tag Cola Light getrunken. Gerne mal zwei große Flaschen. Mache ich heute nicht mehr. Ich trinke heute eine im Monat, wenn ich mal Lust auf die habe. Ansonsten bin ich komplett zu Holy umgestiegen. Meine Empfehlung hierbei bei Eistee ist der hier. Holy Energy, der Holy Eistee, Lime Matcha, Mint. Sensationell gut. Inzwischen ist aber auch noch die Hydration-Reihe rausgekommen. Die sind sogar noch mal besser. Im Ganzen haben Sie Energy-Drinks. Sie haben Eistee und Sie haben Erfrischungsgetränke, also Hydration. Und wenn Sie es ausprobieren wollen, würde ich Ihnen das Starter-Set Deluxe empfehlen. 43 Portionen. Das heißt, Sie können alles mal durchprobieren. Energy, Hydration und Eistee. Das Ganze kommt mit einer Mischflasche. Und normalerweise würde es 69,99 Euro kosten. Ist aber reduziert auf 49,99 Euro. Und da ich ja mit Holy zusammenarbeite, schicken Sie mir nicht nur das Pulver nach Panama. Ich kann es also weiter trinken. Sondern es gibt auch einen Code. Wenn Sie nämlich Heinrich5 benutzen, halten Sie 5 Euro Preisnachlass auf Ihre Bestellung auf als Erstkunde. Wenn Sie Bestandskunde sind, können Sie Heinrich ohne die 5 benutzen. Dann halten Sie 10%. Ich kann es Ihnen von Herzen empfehlen. Und so wie ich das mitbekommen habe, ist die überwiegende Zahl meiner Zuschauer, die es bestellt hat, ebenfalls absolut davon begeistert. Im Ganzen haben wir weniger als eine Handvoll negativer Kommentare gehabt, zumindest die ich gefunden habe. Holy hat auch auf Trustpilot bei fast 11.000 Bewertungen einen sensationellen Schnitt von 4,7 von 5 Punkten. Das spricht eigentlich auch für sich. Wenn Sie Holy schon gekauft haben, seien Sie so lieb und schreiben Sie in die Kommentare, wie es Ihnen geschmeckt hat, damit die anderen Zuschauer sehen können, dass ich mir hier nicht die Seele verkauft habe, sondern dass ich das Zeug wirklich liebe. Und wenn Sie meinen Livestreams kennen auf YouTube oder gar auf Twitch, dann haben Sie gesehen, wie häufig ich das trinke und gerade auf Twitch bin ich nur am Trinken. Das tue ich, weil es richtig sensationell gut ist. Am Ende glaube ich, dass Sie ein gutes Produkt erhalten. Kein Taurin, kein Aspartam, kein Zucker. Die ganze Flasche weniger als 20 Kilokalorien. Das heißt, eine gute Mischung, die geschmacklich sensationell ist. Und am Ende, Sie erhalten ein hervorragendes Produkt. Davon bin ich überzeugt. Sie sorgen dafür, dass mir Holy weiteres Pulver nach Panama schickt, denn das gibt es hier nicht zu kaufen. Und Sie unterstützen natürlich auch meinen Kanal. Und das freut mich natürlich besonders, wenn Ihnen dann das Ganze auch noch schmeckt. Von daher Heinrich5 als Code benutzen bei der Erstbestellung. Für 5 Euro Preisnachlass als Bestandskunde einfach Heinrich benutzen. Und dann können wir weitermachen im Video, denn ich kann Ihnen Holy von Herzen empfehlen. Wären die Personalprobleme nicht bereits groß genug, kommen dazu noch materielle Probleme. Die Ukraine baut zwar aktiv an ihrer Rüstungsindustrie und kann dem Vernehmen nach auch die Produktionszahlen merklich steigern. Aber natürlich nicht im Ansatz aktuell in dem Rahmen, den sie benötigen würde. Sie braucht daher weiterhin Hilfe aus dem Ausland. Und zumindest die Hilfe aus den USA stockt gerade ganz massiv. Die USA befinden sich im Wahlkampf. Und das führt dazu, dass von beiden Seiten mehr innenpolitisch gedacht wird als in Richtung Außen. So ist es, dass die Republikaner aktuell die Hilfen an die Ukraine aus innenpolitischen Gründen stoppen. Aber den Republikanern ist nicht alleine die Schuld zuzuschreiben. Biden kann über ein Gesetz ausgemustertes Militärmaterial in der Höhe von insgesamt 500 Millionen US-Dollar an andere Nationen verschicken. Und braucht dafür keine Genehmigung des Kongresses. Und er kann dabei sogar den Preis selbstständig festlegen. Das heißt, er könnte den Preis theoretisch auf Null ansetzen und damit eine gewaltige Menge an Waffen und Munition freigeben und der Ukraine liefern. Dazu gehören beispielsweise über 4 Millionen Streumunitionsartilleriegranaten, die die Ukraine dringend benötigen würde. Da eine Granate mit Streumunition gegen Truppen deutlich effektiver ist als die normale Sprenggranate. Und die Ukraine gleichzeitig unter akutem, ja eklatanten Artilleriemunitionsmangel leidet. Während die Ukraine also dringend Artilleriemunition benötigt, hätten die USA über 4 Millionen Granaten, die ausgemustert sind, die das US-Militär nicht mehr benutzen will. Aber Biden schickt sie nicht in die Ukraine aus aller Wahrscheinlichkeit nach innenpolitischen Gründen, damit im Wahlkampf, der jetzt gerade läuft, dann eben nicht sein Gegenkandidat Donald Trump sagen kann, Schaut euch Biden an, der hat am Kongress vorbei, während der demokratisch gewählte Kongress es nicht wollte, hat er einfach Waffen an die Ukraine geschickt. Und diese Kritik will sich Biden höchstwahrscheinlich nicht aussetzen und verweigert so wichtige Waffenlieferungen, wichtige Munitionslieferungen, die die Ukraine dringend benötigen würde. Von Seiten Europas und der restlichen westlichen Welt kommt zwar Hilfe, so hat die EU gerade ein 50-Milliarden-Paket geschnürt für die Ukraine in den kommenden Jahren. Aber Geld ist nicht alles, die Ukraine benötigt dringend auch Waffen. Und hier ist es zum Beispiel so, dass Deutschland gerade angekündigt hat, man werde 36 weitere Haubitzen in die Ukraine schicken. Der Haken dabei ist allerdings, sie werden bis 2027, wenn ich es richtig verstanden habe, sogar bis Ende 2027 ankommen, also in den nächsten drei Jahren. 36 Haubitzen ist alles, was nun extra in die Ukraine geht. Die Ukraine kann 36 Haubitzen in einer schlechten Woche ohne weiteres verlieren. Gleichzeitig ist es zwar so, dass die Munitionsproduktion ansteigt, aber der Kanzler sagt selber in einer Rede bei der Eröffnung, bei dem Spatenstich der neuen Munitionsfabrik von Rheinmetall, wir müssen von der Manufakturproduktion, also von klein klein per Handarbeit, zur Serienfertigung umsteigen. Auch sein Kollege Habeck hat inzwischen erkannt, wir hätten schon vor zwei Jahren die Produktion hochfahren müssen, aber das gehe nur mit Abnahmegarantie, also durch Staatsaufträge. Habeck geht also direkt, wenn wir so wollen, auf die Aussage seines Kanzlers ein und stellt ihn damit bloß, sagt also, wenn der Staat nicht bestellt, dann kann die Produktion auch nicht steigern. Denn Deutschland hat eine private Rüstungsindustrie und die werden keine Fabriken bauen auf Verdacht, auf Hoffnung, dass irgendwann Aufträge kommen. Sie werden nicht hunderte Millionen, eventuell Milliarden investieren in neue Fabriken, für die es dann keine Produktionsaufträge gibt. Hier wäre der Staat gefordert und der Staat lässt weiterhin mit dieser Hilfe zögern. Er geht weiterhin sehr zögerlich vor, was Aufträge, vor allem was Großaufträge und vor allem was langfristige Großaufträge angeht. Unterdessen musste sich die Ukraine aus der Stadt Avdivka direkt vor Donetsk zurückziehen. Allerdings hat sich Russland diesen Sieg sehr, sehr teuer erkauft. Die Ukraine hat unzweifelhaft gerade in der letzten Phase ebenfalls sehr schwere Verluste erlitten. Allerdings ist die russische Verlustzahl, gerade auch was schweres Gerät angeht, sehr hoch und überschreitet die Produktion von vielen Monaten, was Russland aktuell an gepanzerten Fahrzeugen neu produzieren bzw. wiederherstellen kann. Russland sollte also nach normalen Maßstäben in absehbarer Zeit eine Erholungspause benötigen. Seine Offensive mag nun noch ein paar Tage weitergehen, aber an sich sollte der Kulminationspunkt nicht mehr in allzu weiter Ferne sein, wo die russische Offensive am Donbass zumindest alarmt. Für die Ukraine ist es 2024 allerdings undenkbar, dass sie eine signifikante Offensive durchführt. Ihre Gegenoffensive 2023 ist effektiv krachend gescheitert. Während die Verluste ein Stück weit sich im Rahmen hielten, hat die Ukraine nicht im Ansatz notwendige Verstärkungen erhalten, um alle Verluste zu ersetzen und ihre eigenen Fertigkeiten gleichzeitig noch spürbar aufzubauen. Wenn die Offensive 2023 gescheitert ist, wäre es illusorisch zu erwarten, dass die Ukraine 2024 eine große erfolgreiche Offensive durchführen könnte. Sie wird also 2024 in der Defensive bleiben müssen und darauf hoffen müssen, dass sie für 2025 besser aufgestellt sein wird, um dann entweder erfolgreiche Gegenoffensiven durchzuführen oder den Druck so weit auf Russland zu erhöhen, dass Russland zu politischen Zugeständnissen am Verhandlungstisch bereit sein wird. Das Jahr 2024 wird also von der Ukraine für Rekrutierungen benutzt werden müssen, damit sie ihre Personaldecke wieder auf 100 Prozent erhöht und die zerschlissenen Einheiten wieder auffüllen kann, aber auch indem sie ihr Militär weiter vergrößern kann, um gegen die russische Übermacht ankommen zu können. Gleichzeitig wird sie die Zeit nutzen müssen, um den Ausbildungsstand von Offizieren wie Mannschaften erheblich zu erhöhen, damit die Mängel, die auch in der Gegenoffensive 2023 aufgetreten sind, die in einer kommenden ukrainischen Offensive 2025 nicht mehr auftreten. Die Ukraine arbeitet gleichzeitig auch daran, ihre Rüstungsproduktion zu erhöhen. Auch hier wird das Jahr 2024 sehr wichtig sein, wie die Joint Ventures mit westlichen Unternehmen in Gang kommen, wann dort die Produktion gesteigert wird. Hier wird es viel auf die Ukraine ankommen, dass sie dieses nun anstehende Jahr, was sie aller Wahrscheinlichkeit nach weitgehend in der Defensive verbringen wird, richtungsweisend für die Zukunft nutzt. Nun wird es darauf ankommen, dass sie sich jetzt effektiv darauf vorbereitet, wie sie ab 2025 den Krieg weiterkämpfen wird. Dieses Jahr steht in den USA die Präsidentschaftswahl an, die im November stattfinden wird. Bis dahin wird also der Wahlkampf weitergehen. Im Januar ist dann die Amtseinführung. Wenn Joe Biden, der aktuelle Amtsinhaber, dort wieder gewinnt und gleichzeitig seine Partei, das Repräsentantenhaus, zurückgewinnt, so ist damit zu rechnen, davon gehen zumindest die meisten Beobachter aus, dass sich die Hilfe für die Ukraine anschließend intensivieren wird, weil Biden es leichter hat mit einem von seiner Partei kontrollierten Repräsentantenhaus. Hier müssen allerdings die Hoffnungen in gewissen Rahmen beschränkt bleiben. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, dass Biden nicht im Ansatz das getan hat, wozu er in der Lage gewesen wäre. Ich erinnere nur an die Attackams, die er monatelang der Ukraine nicht geschickt hat, obwohl sie sie dringend zur Vorbereitung ihrer Gegenoffensive benötigt hätte. Erst als diese völlig im Scheitern begriffen war, kamen welche. Wir erinnern uns an die Streumunition, die eingelagert war, die nicht benötigt wurde von den US-amerikanischen Streitkräften, die ebenfalls sehr spät kamen und in diesem Video habe ich bereits darauf hingewiesen, dass über 4 Millionen Granaten in US-Beständen liegen, die ausgemustert sind, die Biden weiterhin nicht liefert. Also während es dann wohl mehr Hilfe aus den USA geben wird und unkompliziertere Hilfe, wird dort nicht damit zu rechnen sein, wenn man wohl ehrlich ist, dass es derart viel geben wird, dass die Ukraine tatsächlich den Krieg gewinnen kann, indem sie ihre Außengrenzen von 1991 nur wegen der US-Hilfe zurückerobern kann. Sollte hingegen Trump gewinnen und das Repräsentantenhaus behalten, sind alle Karten offen. Hier ist es natürlich völlig unklar, wie er reagieren wird. Im Allgemeinen wird allerdings erwartet, dass die Hilfe für die Ukraine zusammenbrechen könnte und es dann komplett auf Europa und den Rest der westlichen Welt und der dem Westen zugehörigen Welt ankommen würde, die Ukraine weiter zu unterstützen. Während es also alles andere als klar ist, ob die USA auch nur das Nötigste in 2025 und darauf folgend schicken werden, geschweige denn das Notwendige, muss klar gesagt werden, dass es an Europa liegen würde und liegen wird, für das Notwendige zu sorgen. Es muss auch klar gesagt werden, dass dieser Krieg weit wichtiger für Europa sein sollte, als er für die USA ist. Wenn Russland die Ukraine besiegt, so werden mögliche weitere russische Aggressionen nicht etwa an der US-Ostküste oder an der US-Westküste stattfinden. Sie werden mitten in Europa stattfinden. Sie werden an europäischen Grenzen stattfinden. Wenn es zu einem Zusammenbruch des ukrainischen Staates unter der russischen Militärmacht kommt, dann werden die geschätzten 10 Millionen, vielleicht auch noch mehr Flüchtlinge, nicht etwa in die USA fliehen. Sie werden nach Zentraleuropa fliehen. Es geht also direkt um Europa. Europa selbst wird direkt von diesem Krieg betroffen sein. Für die USA ist er tausende Kilometer entfernt. Wenn also wir zu dem Schluss kommen, dass es Europas Krieg ist und das ist er, da führt kein Weg daran vorbei, dies anzuerkennen. So muss Europa dies auch akzeptieren und entsprechend handeln. Hier muss Europa, wie Habeck es gesagt, für Abnahmegarantien sorgen. Es müssen langfristige Aufträge erfolgen, nicht nur für Munition, sondern auch für Großgeräte. Es müssen mehr als nur 36 Haubitzen auf drei Jahre bestellt werden. Hier müssen die Dimensionen deutlich nach oben geschraubt werden. Nur so wird die Ukraine in diesem Krieg bestehen können. Und das Jahr 2024 wird das dafür entscheidende sein. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Das hilft sehr mit dem Algorithmus. Hinterlassen Sie einen Kommentar, was Sie glauben, wie es weitergehen wird und wie Europa bzw. die USA reagieren werden. Und wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie es einerseits über die Mittel in der Beschreibung oder natürlich, indem Sie bei Holi einkaufen. Mit dem Code HEINRICH5 erhalten Sie ja 5 Euro Rabatt auf den Erstkauf. Mit dem Code HEINRICH10%. Das sorgt nicht nur dafür, dass Sie was richtig Leckeres zu trinken bekommen, sondern Sie unterstützen auch den Kanal damit. Insofern vielen Dank dafür. Das war es aber soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an die Unterstützer durch YouTube-Mitgliedschaften und auf Patreon. Vor allem an den YouTube-Leutnant Lukas, wie auch an die Patreon-Leutnante Andreas Donat, Badass-Lawyer, Dekun Jo, Dr. Knut Brandes, Heribert Breitsamer und Steffen. Vielen herzlichen Dank auch an dieser Stelle noch einmal an Sie. Vielen Dank.